So, hallo miteinander, zurück bei Daisy, ich bin in, warte, Kamerobo gespawnt. Und wir beide laufen gerade auf dem Weg, also wir sind eigentlich auf dem Weg von Rockcastle nach Mystach. Genau, die haben schon ein bisschen vor mir angefangen und deswegen bin ich jetzt allein. So, und Kamerobo ist natürlich ein bisschen doof nach Mystach zu gelangen, deswegen werde ich mich jetzt einfach alleine auf dem Weg machen und ein bisschen die Jägerschenne abklappern, dann noch oben nach Salenogross gehen, mir dann was snacken da und dann werde ich versuchen, am Green Mountain mir was zu snacken und dann muss ich mal gucken, was ich mache, ob ich dann nach Starry Sobor gehe oder dann gleich weiter hoch zum Airfield. Aber erstmal in Richtung Top. Ja, das ist unser Plan. Das ist mein Plan. Was dein Plan ist, was du hast, gehst du da lang? Wir gehen hier lang, das ist unser Plan. Das ist so. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein Heli-Crash-Side, da, wo wir jetzt hingehen. Ja, witzig. Jetzt kommen wir aus, die Geschichte. Ja, genau. Ja, vorhin, Jannis läuft an der Küste entlang. Hey, man nicht so hier lobt so lang, sondern viel besser ausmöcken. Ja, Heli, er... Ja, dann kannst du auch die Geschichte erzählen. Er rannte, er rannte. Er rannte um sein Leben, oder was? Er rannte für sein Leben. Das Goldgelbenstrandes um sein Leben. Und, ähm, ja, über Ihrem Flug auch einmal einen Heli, der dann auch neben ihm gelandet ist. Jannis war auch kurz drin, er ist Heli abgehoben, er springt raus. Aus Versehen, aus Versehen. Ja, gut, nee, ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall der Heli kreist auch noch über ihm. Nee, das ist nicht egal. Jannis war, warum bist du rausgesprungen? Aus Versehen, ich habe eigentlich, anscheinend habe ich irgendwie Mausrad gedrückt. Na, Mausbossrad gewillt hier, ne? Na, so. Dann wollte ich, wollte ich, keine Ahnung, was machen? Hä? Ich wollte nicht alles rennen, Alter. Ja, ich bin falsch gelaufen. Oh, sorry. Ich bin gerade am überlegen, wie ich in den Westen gehe. Das ist ein bisschen doof hier. Ist doch mal gelandet, um mich aufzupicken. Ja, nee, und dann kam ich also auch an, wir waren ziemlich nah beieinander und ich hatte eine Pistole und dachte mir so, schießt ihr den Typen mal an? Das war dann verreckt. Leider, weiß nicht, ob das Glas schuld war, ob das ein Bug war oder so, hat er von sieben Headshots, haben vielleicht irgendwie nur zwei da so getroffen oder einer eventuell nur. Also, auf jeden Fall waren es alles Headshots. Wir haben unten nach oben gegangen und zu einer Insel geflogen. Genau, eigentlich dachten wir uns ja, er stürzt dann noch ab. Dann haben wir wenigstens, weil man kann sich eigentlich die nicht bandagieren. Dann ist er halt gefickt. Er hat auf jeden Fall geblutet, aber dann ist er auf die Insel, keine Ahnung, wie die heißt. Ja, die unten rechts, oder wie heißt die? Die heißt? Ganz große. Äh, Scarlisty Island. Oder Otmel. Achso. Na ja, dann ist er da gelandet und dann dachten wir uns, ja, schwimmen wir hin, aber er hatte auch mal das Smile-Pie, er hatte auch ein Geddes-Yield. Dann stand er da am Strand und hat uns beide gesnackt. Aber es war trotzdem witzig, dass ich ihm ein bisschen was mitgegeben habe. Und der ist echt noch eine lange Zeit auf dem Zauber hier umgeflattert, auch bei Elektro. Ja, wo übrigens bei, vorhin hier ist ein Jiga-Stand übrigens, ne? Vorhin ging bei Elektro übel die Party ab, also, das war halt hart. Ja. Wenn jetzt den Schatz reingehört und killst, ging richtig hoch. Gut, du bleibst unten und machst mich safe, ne? Aber ich hasse es alleine, in die Jiga-Stand reinzugehen, das ist so eine Kacke. So. Ja, ohne, du gleitest so nach oben, ne? Die ist nicht gesporned, außer zwei leere Dosen. Nimm die mit, Alter, leere Dosen ist das Wertvollste. Sag ich schon. Kannst du mit. Den werden wir auch. Ja. Wenn es so funktioniert. Auf diesem Zauber, wo wir gerade sind, kann es auch passieren, dass man die Scheiben von dem Krankenhaus nicht einschmeißen kann. Oh, ja, das war so die Panna-Aktion neulich. Ich hätte bestimmt so vier, fünf Dosen im Inventar, ey, werf die da rein. So. Außer, dass halt Zombies ankommen. Ja. Hier müsste irgendwo ein Jiga-Stand sein. Jedenfalls glaube ich das. Wenn mich meiner navigatorischen Fähigkeit nicht täuschen. Sollten. Oder drüben sind das die Paar. Aber das sieht aus wie Kamenka-Dohrn, das ist schon mal super. Als Rassiden-Läuste da, du mal, die heißen wird. Ja, ich glaube jetzt, also ich glaube, im Prinzip mal nach Kamenka zurück, weil da sind mal per mehr, äh, jeder Stelle. Dann gehe ich rein, dann bohr, dann links, wo, ne? Das ist durch der Schluck. Müsste das nicht irgendwo sein, oder das ist da unten irgendwo. Jäger-Stand. Puston, Mister, ist nicht irgendwie viel schneller als du, Niki. Ja, vielleicht. Ich muss doch sein, ey. Man, ich weiß noch, was du dir was an. Tu dich mal duden. Ach, okay. Gott, äh. Wunden der Scheiß. Das war hier möglichst gut gesehen rein- und rausspazieren. Ah, hier war die Stelle, wo wir mit Panzer verreckt sind. Ja. Panzer verreckt. Das ist bei der Scheuner hier, ne? Ne, das kann aber nicht sein, weil wir sind beim Panzer zwischen... ...Nachstatt, dass da in Sober verreckt ist, das war nicht, das war nicht, stimmt, aber... ...das sieht genau so aus. Oh, noch zwei Steelboots. Ey, es ist ja mein lucky day heute. Ich habe jetzt hier, warte mal, zwei, drei, zwei, sind sieben, acht, neun... Hepsi, wer will was trinken. Neunfall, 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 neunfalle, aber ich habe auch zwei Colas. Oh Gott, ey, hier irgendeine Straße sein. Und ein Makarov-Magazin. Und ein Makarov-Magazin. Double-Barrell-Shotgun. Makarov. Ja. Leibst du das? Ja, wir verarschen. Ja, ich glaube, über die Rum, ja. Das kann ja auch nicht. Rum ist auch eine Double-Barrell-Shotgun, ne? Niki. Ja, ja, hier sind Zombies, Zombies ohne Ende. Hehehehe, kleiner Mongo. Takes seven. Hier ist Winchester 1866. Mensch, das ist ja fein. Ich glaube, die kann die, die N4 nicht schlagen. Das weiß ich nicht. Ist nicht beides, äh, One-Shot-Kill? Ich glaube, obwohl die N4 ist lauter, aber das war's jetzt auch schon mein Muni. Was krieg' denn hier noch um? Double-Barrell-Nochmal-Two-Rong-Slug. So, da ist die Straße. Das ist ja die Frage, wie weit ich jetzt schon hoch bin gelaufen bin, hier. Sonst müsse ich mich irgendwo hin. Ein Jäger-Standlesign. Aber ich weiß es nicht. Naja. Vollmutter-Straße und lassen das nur weg. Egal. Gut, dann gehen wir mal weiter hin. Alles, ne? Wo musst du denn hin? Animationsfehler, das hat sich geduckt. Das hat plötzlich unter. Da, und? Wo bist du denn hingegangen? Warte mal, du bist da hinten. Das kann durch sein. Jetzt noch ne Pepsi. Wunderbar. So haben wir das auch haben. Ohne Pepsi. Ohne Pepsi. Ja, ich bin gleich. Die sind ja wirklich. Also, ich hab da nichts gepasst. Ja, ich hab's nicht mit dem Kopf zu tun. So, ich hab's gar nicht geplant. Ja, ich hab's gut, ja. So, ich hab's ja nicht ein bisschen. Ich hab's ja nicht. So, ich hab's ja gleiche. Ich hab's ja nicht. So, ich hab's ja nicht. gar nichts zu haben das ist die Sonnenblumen wenn man jetzt auch um die Rheinland der Konzert bei einer Oberbürgermeisterung die einzig Dome ist das ist keine Anliegen fahren das ist das Problem und über den Jäger schon mal nehmen auch schon mal ganz am Anfang wie es der erste Runde gezockt haben der man sich direkt am Strand verrägt sind Prozent 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 besuchen da hinten sieht man Rockhausen so ein Töschel ich mich durch den Wald draußen da oben sind geile Sachen wie ich es sehe zwei Koks eine Karte eventuell das ist weg ist über die Scheiße nur da oben nenn dir doch die Karte für geil ja ne Karte ist es aber das wird sie doch schon genug ein Heatpack, dem ich auch noch eh zu viel Platz habe mehr ist hier oben nicht also es geht schon aber das ist wichtig dass ein Spieler oder es ist so ein Zoll könnte ich auch sein, aber gut folgt mir mal die nächsten Jäger schon das kennt da waren wir auf jeden Fall schon das ist ein Spieler ja hast du schon eine Bewaffnung oder sowas? ne gar nicht hat der schon was? das war sie nicht, ich hab ihn noch nicht ich hab ihn gar nicht richtig gesehen, aber äh ich würd ihn, glaub ich, meiden hello I'm friendly glaub ich, meiden hello sagt das keine Waffen, nix ja, es ist egal, ob ich jetzt hier sterbe oder nicht ist der Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel-Wumpel siehens, man sieht hello heihe ala amigo oh no, i don't have a weapon kann man das noch mal weiter? i have nothing yo yo oh oh o also der hat bloß ne einhandwaffe naja, immerhin, ne? nein, besser als zu passieren immer besser als ich manchmal hätt ich das Gefühl, wenn er mit dieser Crowbar umschlägt dass die irgendwie ziemlich beiges, wenn man sich selber schaden erledet hey, sind wir irgendwie doof oder so? nicht ehrlich, hab ich Gott verloren oh Mensch tsch talk to me die doppel-altgedrückung bis hinalter td ach, dass sie bis alle die äh bestanden, das ist der, was sie nicht kommen auch mal, das hab ich die Orientierung verloren den kennst du auch, den die ja schon hättest ich kenn ja alle, hier bin ich bin der Boss ein jahr hier in der Straße, sogar neu äh, wie kann man chatten ähm wer hat schon gegeben der Arsch na ja, ok Tote Zombie oder Zombie ja, egal, haut rein, haut rein, haut bis gleich So, dann bin ich, wie sind wir wieder, oder? Ich bin wieder da, ich bin neugierig Spot und zwar in Czerno Super! Das geht dann auch um einen kleinen Act schnapp, kann man so sagen, denn hier ist ein Fehler bei mir, ja schon gewesen, er war komplett leer und ein Zombie war unten drunter allerdings tot Das ist so, weil der hier ist irgendwo ein Spieler in der Nähe Und den werden wir gleich ausschalten Kann man hier reingehen? Der wird gleich terminiert So, jetzt ist nur die Frage Ja, ich glaube, ich mache den Runner in Scherl, ich habe mir eh nichts Also kann mir eh nichts passieren Das bedeutet, wir gehen jetzt mal zum Job Das nennt mir leider alles, was geht zur Kirche Ich zur Feuerwache Und dann sind wir uns dann so, oder wollen wir den safen Weg gleich zurück Gefährlich, aber wir können ja mal hingehen Oh, da sind, da sind drei, da sind drei Leute What? Oh, Digga, da seid ihr an der Scheiße, ne? Fuck, fuck your heart, fuck your heart Fuck your, fuck your, fuck your, fuck your Aber das Geile ist, dass habe ich hier vier Leute Aber pass auf, ich überlebe das sogar Doch so viele Zombies, als wie du kannst Ja, aber das Geile ist ja, ich habe es überlebt Und der Typ vielleicht nicht, das ist das Geil, aber ich bin jetzt nicht low Komm, mach, 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 fertig Gut So, wir haben ein Zelt gefunden, total Zombie Ne, lass uns mal nicht nass, Sari saufen Das ist, glaube ich, ein bisschen zu behindern Wir gehen hoch zu den Crashs Und ich bin dort, willst du nicht Und ich bin dort, willst du nicht Ja Mach, Mann, das doch Bullshit Vielleicht packen kann man doch gar nicht so schlecht Nee Aber gut Ja, aber was soll ich denn machen, als ob er so Schadkauer muss das was So, Leute, fest Ja, so bist du kaputt zu schneiden, ne? Hör, das ist mit Spuder auf eine Minute vor oder so Was Bullshit So So eine Wixe Vor allem der Typ hat bestimmt auch zwei Magazine oder so auf mich drauf geballert, ne? Äh, ich hatte gar nichts, das hat man auch grad gesehen, ne? Vor allem, da sind jetzt bestimmt 20 Zombies oder so in seiner Nähe Wenn er damit umgehen kann, herzlichen Glückwunsch, aber... Warum bist du da eher schneller als ich nicht? Weil ich nur eine kleine Armwurst habe und nur Pfeile und du... Du kannst mal, äh, auf deinem Lampferdoppelminus drücken, dann bist du noch schneller Ich glaube, das stimmt nicht Auf die Plätze, fertig, go! So Oh, was geht jetzt hier ab, ey? Scheiße Das ist komplett wursch Ja, siehst du, du bist schneller als ich, so Das ist so ein Mythos, weil wenn du rauszoomst, dann wirkt es irgendwie schnell Nein, du bist echt schneller Äh, das war vorhin so Niki hatte gar nichts Ich kann ja auch immer Minus drücken, das bringt grad sehr nicht Vielleicht bist du einfach zu doof, um rauszoomen Also vorhin auf diesem anderen Server, ne? Als wir kurz mal die Aufnahme geschaltet, äh, nicht auf... Ähm, Bullshit Äh, als... Äh, wenn wir da gezockt haben, hatte ich nichts und Niki hatte auch nichts Und... Irgendwie passiert ja nichts mehr, ne? Egal Und da war es echt so, dass ich schneller war Na Niki, ich hab dich eingeholt, waren nur so 200 Meter bestimmt Ja, das war richtig knapp Ja, aber ich bin ja, ich hab dich ja trotzdem ein guter Ich war ja noch viel, 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 viel weiter weg, hast du? Ähm, ich werde jetzt kurz die Aufnahme wieder pausieren und mich noch mal hier einloggen Weil jetzt sich nichts mehr tut, egal, bis gleich So, und ich bin wieder neu gespawrt und zwar ein Breitdrakon Hammergeil Oder auch nicht Und... Ich würde sagen, wir loot es auch als Elektro Wir machen wieder den Runner Ich meine, wir haben mega viele Leute auf dem Server, ne, aber... Wir sind nicht für zu bringen Nein, wir haben viele Leute auf dem Server, bist du keine Person mehr, was? Aber wir looten nicht gerne Elektro und wir looten... Ja, aber ich denke immer, dass du das so, dass die Zuschauer das mitmachen mit mir, fand ich aufnehmen Das kann man dann schon mal sagen, oder? Außerdem hast du auch gesagt, schon mal im Display Plänen Ich glaube, gehört Glauben hast Wir haben einen Videobeweis, so um guck'n Ja, irgendwo in Oxmaster oder so Glaub ich jedenfalls 4 Prozent es ist ein Niederländler so ein Karten muss sein er läuft in den Schuhen so und will es sagen erst mal er die mehr Zeit nicht zu verhindern es sind guter ich glaube ich weiß es wohl wo wir sind das Bogen der Bar normalischen Wald durch ich noch mal alle der drüben sind gegen japan es war nicht mal dass krankenhaus ist offen schon wieder paul bahn der nie ist es überhaupt ist es auch noch was kommt aus hier Prozent die Kürbettel so ist jetzt aber dass die Schule ist und ich über die Schule oder doch was mit Schule wenn das nicht was er kann ich mich an der Schnee brennt nicht mehr ist einfach nur so ein kaputter Heli der auf und nach dem Fall Crash mal gesehen der hat mich gebrannt das ist ja dann von ehemaligen Heli ist das Prozent der Heli-Krisch in dem Sinne ist dann nur Szenerie Gott L ich muss ja sofort raus aus dem Raum das ist müssen in und Gordi gerade Euro Mauer oder da da liegt das Verwaltung der Muskel ist es gibt die Jungen die ganze Zeit nach Prozent Scheißen und ich bin tot und Prozent aber das war das Spiel Prozent die Korn waren auch bisher nicht Toten jetzt bist du dort weiße spieler der Zeit 20 Minuten dran gestorben er versucht man wo hinzulaufen und die erstellen zielten ja aber das ist so langweilig ich habe keinen Bock mehr bis gleich Leute